Heute tritt in Deutschland die sogenannte Ehe für alle in Kraft. Damit dürfen Schwule und Lesben künftig heiraten und Kinder adoptieren. Sie haben damit die gleichen Rechte und Pflichten wie heterosexuelle Paare. Das entsprechende Gesetz hatte der Bundestag im Juni mit großer Mehrheit beschlossen. Zuvor hatte es für Homosexuelle nur eingetragene Lebenspartnerschaften mit eingeschränkten Rechten gegeben.